Die Bürger am Oberrhein wissen sehr wohl über die Seltenheit der hohen Ereignisse. Sie wissen aber auch, dass je seltener ein Ereignis ist, desto gefährlicher ist es. Also die Tatsache, dass das Land Rheinland-Pfalz über seine vertraglich vereinbarte Zielsetzung hinaus weiteren Hochwasserschutz betreibt, das ist sehr wohl bekannt und das wird auch akzeptiert. Sicherlich ist jede eigene Gemeinde natürlich interessiert, möglichst wenig von ihrer eigenen Planungshoheit herzugeben. Aber hier ist man auf einem guten Weg im Zusammenwirken mit den Gemeinden, dieses Projekt hier vor Ort durchzuführen. Aber die generelle Akzeptanz von Hochwasserschutz, Hochwasserschutz tut Not, das ist hier am Rheinmeer denn anderswo verbreitet.